Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, kann Simon Terodde auch gegen Duisburg treffen? Urheberrecht Getty Images 10. April 2019, 15.37 Uhr Köln gegen Duisburg, das ist das Duell zwischen dem ersten und dem letzten in der Zwei. Bundesliga Das Spiel ist wichtig, es geht um den Aufstieg und den Abstieg. Deutlicher könnte der Unterschied zwischen den Teams nicht sein. Wende MSV Duisburg auf den Eins. FC Köln trifft 2. Bundesliga MSV Duisburg 1. FC Köln ab 18.30 Uhr im Leifticker spielt der 18. in der Tabelle gegen den Spitzenreiter. Es ist das Nachholspiel des 26. Spieltags. Damals war das Spielfeld in der Duisburger Arena nicht bespielbar. Die Partie musste abgesagt werden. Köln mit Siegeserie Köln hat sechs Spiele in Folge gewonnen. Das Team könnte mit einem Sieg die Grenze von 60 Punkten knacken und wäre damit dem Aufstieg einen Schritt näher gekommen. Der Vorsprung auf Union Berlin, derzeit auf dem Relegationsplatz beträgt zwölf Punkte. Der MSV liegt derzeit fünf Punkte hinter dem 15. der Tabelle. Drei Punkte könnten die Zebras ein Stück näher ans rettende Ufer bringen. Doch die Statistik spricht gegen das Team. In 13 Heimspielen hat der MSV in dieser Saison nur dreimal gewonnen. Zehnmal ging das Team als Verlierer vom Platz. Das ist die schlechteste Heimbilanz in der 2. Bundesliga. Im Hinspiel siegte der Unterdoggen. In der Hinrunde konnte Duisburg allerdings das Duell gegen Köln für sich entscheiden. Es endete 1 zu 2. FC Trainer Markus Anfang will sein Team vor dem Spiel kräftig durchmischen. Die englische Woche verlangt den Spielern viel ab. Jede Form der Regeneration ist gut für sie. Ob Simon Terrate zum Einsatz kommt, ist also fraglich. Er konnte in diesem Jahr schon 27 Mal treffen. Damit führt er die Torschützenliste mit einem großen Vorsprung an, stream, skygo-live.dk, sport1.de und sport1-app. Untertitelung des ZDF für funk, 2017